ja da nun jetzt ein video von eagle und auch von heavy schon zu sehen war auf bei uns auf dem channel wollte ich jetzt heute mal im neuen jahr erst mal frohes neues wünschen an alle zuschauer ich bin der crow ja und wollte mal so ein bisschen unseren channel vorstellen ja unseren channel gibt es ja noch nicht so lange seit dezember 2016 jetzt und ja wir zocken seit 2004 zusammen also ich zumindest mit den jungs zusammen die zog schon ein bisschen länger zusammen als seit 2004 ja die games die wir zocken ist wie man sieht momentan oft und häufig division payday 2 ist dabei wird man wird auch demnächst jetzt wenn ghost ricken wildlands rauskommt auch wahrscheinlich mehr videos davon sehen ja der eagle und der wie die haben angefangen mit ghost ricken eigentlich und sind danach zu battlefield gekommen ja da haben wir uns eigentlich so ein bisschen auf dem schlachtfeld getroffen und ja da seitdem sind wir haben zocken seit battlefield 3 beziehungsweise battlefield 2 special forces zeiten noch und so war schon eine lustige zeit eigentlich ja was gibt es noch zu sagen ghost ricken habe ich schon erwähnt landwirtschaft simulator zocken wir zocken auch pd2 dazu gibt es auch noch ein paar videos demnächst das wollen wir auch mal wieder ein bisschen öfter zocken auch wenn es schon ein bisschen älteres game ist und ja soweit eigentlich das mal von mir und ich wollte jetzt eigentlich mal so ein bisschen kleinen ritt durch die dark so machen und sehe gerade ich bin die falsche richtung gelaufen dann wollen wir noch mal dahin können sogar eine blitzreise machen das machen wir doch mal ja da guck mal was in der dark so los ist ich war gestern schon ein bisschen unterwegs in der dark sohn das war nicht so toll das mit dem feuer kann ich auch so tun wir den kern mal an mal gucken wie weit er fliegen kann guck mal noch mal neustart hier vielleicht klappt es ja dann besser wer weiß wir haben von nachschub abwürfen erfahren aber sie sind in der dark sohn gelandet irgendetwas geht davor aber ich weiß nicht genau was eins ist sicher sie sollten da sein bevor andere den nachschub gesagt gestern mal ein bisschen gezockt gehabt aber eigentlich sind wir mehr ja so übergriffe mäßig unterwegs und so oder halt die rechtlich hochrangigen ziele und so ja das ist so unsere welt soll ich mal macht uns am meisten spaß aber ich dachte jetzt mal das neue jahr guckst du mal was in der dark sohn so los ist man sieht man 24 bin ich erst erst oder schon sie betreten jetzt kontaminiertes gebiet wahrscheinlich eine schöne kiste sie verlassen jetzt das kontaminierte gebiet oder noch was zu holen gibt Gehen wir doch mal dahinten, gucken wir doch mal. Da vorne sind schon ein paar Mobs. Gucken wir mal, ob wir da was gerissen haben, ohne uns aus die Schnauze zu legen. War ganz geschockt, der Kollege. Wollte sich nicht mehr bewegen anscheinend. Mach die Fuß hier, nachschauen! Hint doch nicht nur. Das werden wir wissen! Gern, wir müssen uns nicht mehr. Gern, wir müssen uns nicht mehr. Gern, wir müssen uns nicht mehr, wir müssen uns nicht mehr. Gern, wir müssen uns nicht mehr. ja ja aber ja, der Wittschweiter hat er noch gefunden hier mal gucken ja 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 gerade an der Kiste vorbeigelaufen also schon wieder ein Bündel ja 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 man sollte immer sein überall Augen haben am besten ja 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 Nein. Das gibt's doch nicht. Wieso geht der aus der Deckung raus? Soll er ja nicht. Soll ich nicht damit zurechtkommen, die Jungs. Brennt die Buchse, hm? So, schnell los jetzt. Fuck, mehr Ärger! Verdammt! Was zur Hölle? Oh, hier vorne knallt's aber ordentlich. Wir haben gleich noch ein Tagesauftrag abgeschlossen. Soll ich jetzt nicht wieder so geht wie eben. Aha, Kollege. Die Deckung hier sind zwei Paar Schuhe. Man sollte vielleicht auch den Koffer anziehen. Auf der Karte haben wir hinten noch eine kleine Kiste. Warnung! Betreten eines kontaminierten Gebiets! Sie verlassen das kontaminierte Gebiets. Guck mal, wo wir eine Abholzone haben. Direkt um die Ecke. Das trifft sich gut. Ja, wie man vielleicht merkt, ich bin nicht so oft in den Dachsinn unterwegs, wie ich eben schon gesagt habe. Dadurch lauf ich ein bisschen Will hier rum. Oh. Eintreffende Nachschub, die Firmen entdeckt. Okay. An die Schule der Klinerswüller Wandertache. Eintreffende Nachschub. Und dann können wir uns hier wieder aufbauen. Mach. Ach! 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 so hätten wir das grüppchen auch die nachschublieferung ist fast in der nähe versuchen einzukommen vielleicht haben wir glück das ist noch nicht so viel an leuten unterwegs an der dark zone mit dem niedrigen rang kann man es vergessen von anderen agenten zum ende der karte juhu Okay. 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 Wow. Da sind wir noch mal gut gegangen. So, jetzt gucken wir mal. Ah, wie der Pech gehabt. nachschublieferung von anderen agenten angenommen vielleicht haben wir ja noch ein paar lustige typen haben wir noch eine kontaminierte bereich oder war das der von eben gut dann gehen wir jetzt mal zur abholzone nicht so gut und Das war's für heute. Alarm! Nachschublieferung nicht mehr verfügbar in 30 Sekunden. Nahgelegene Abrufstelle wird gerade geräumt. Eine Maschine ist im Anschluss auf ihre Position! Oh, Mama! Oh, die Ego! Nachschub ist nicht mehr verfügbar. So, warten wir mal auf den kleinen Heli. Erkennt, ich nähere mich ihrer Position! Dann hoffen wir mal, dass wir nicht noch angegriffen wären in der Zeit. Das war's für heute. Und aus. Oh. Oh. So ein Übelig, den Kerl siehst du gar nicht mit seinem Heli. Ladungsaufnahme erfolgt. Geh mal nochmal los. Das war's für heute. Wir können es jetzt an Bord holen. Ah, das sieht doch gut aus. 30 Sekunden bis zum Abschluss der Anholung. 15 Sekunden. 15 Sekunden. Abholung erfolgreich beendet. Da haben wir das nochmal geschafft. Unsere Beute gesichert. Ja. Dann, ähm. Werd ich mal gucken, was ich sonst noch so in der Dark Zone hier finde. Und ja. Ich wünsche mir noch viel Spaß bei unseren kommenden Videos. Und hoffe es hat euch gefallen soweit das Video jetzt gerade. Wenn es auch ein bisschen, ja, wenig von der Unterhaltung war, sage ich mal. Ähm. Ja. Ich versuche mich zu bessern. Und wünsche mir bis dahin mal alles Gute an alle Zuschauer. Jo. Macht's gut. Jo. 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 Jo.